Herzlich willkommen, liebe Freunde aromatischer Brötchen, leckerer Kuchen und verführerischer Turten, hier bei uns in der Bäckerei Möbius in Oederaan. Am Stadtrand, direkt hinter dem Bahnhof, sind unsere fleißigen Bäckerinnen und Bäcker jeden Tag und jede Nacht damit beschäftigt, euch diesen Genuss zu ermöglichen. Denn trotz aller technischen Erleichterungen sind unsere handwerklichen Fähigkeiten immer noch die Grundlage unserer guten Produkte. Gearbeitet wird in kleinen Teams von jeweils drei bis sechs Personen in großzügigen Räumen mit moderner Ausstattung. Auch unser Sortiment ist modern und vielfältig. Es gibt zum Beispiel Dinkel- und Chia-Brote, vielfältige Blechkuchen nach traditionellen Rezepturen. Wir torieren selbst unsere Plunder- und Blätterteige und wir fertigen Sondertorten in allen Varianten von klassisch bis trendig. Täglich immerhin über 100 verschiedene Artikel. Diese Produkte wollen zu unseren vielen Kunden nach Chemnitz, Freiberg, Zwickau, Dresden und in etliche andere Orte. Dafür sind unsere Lkw-Fahrer zuständig. Sie beladen jeden Tag in den frühen Morgenstunden mit Sorgfalt und Routine die modernen Lkw in einer geräumischen Halle. Danach beliefert jede Tour etwa sechs bis zehn Abladestellen. In erster Linie natürlich unsere eigenen Filialen. Und zwischen 10 und 11 Uhr vormittags ist Feierabend im Fuhrpark. Dass sich alle unsere Mitarbeiter unsere Köstlichkeiten auch zu Hause gut schmecken lassen können, gibt es einen Personalrabatt von 50 Prozent. Außerdem sind alle Heißgetränke und Mineralwasser auf Arbeit gratis. Wir bieten durchaus attraktive Stundenlöhne und zahlen auch alle eventuell anfallenden Überstunden monatlich sofort mit aus. Hinzu kommen noch Nachtzuschläge, Sonn- und Feiertagszuschläge sowie viele andere überdurchschnittliche Sozialleistungen. Und nicht zu vergessen, als systemrelevanter Versorgungsbetrieb haben wir unsere Mitarbeiter auch gut durch die Corona-Krise gebracht und konnten sogar steuerfreie Corona-Krämien auszahlen. Nun, nach Monaten voller Einschränkungen genießen unsere Kunden gern wieder ein Stückchen Kuchen mehr. Deshalb suchen wir dringend Verstärkung durch Fahrer, Bäcker und Bäckerinnen. Auch in Tagschicht ist das möglich, vor allen Dingen in der Kuchenabteilung. Und gern nehmen wir auch Berufsrückkehrer und Berufsrückkehrerinnen bei uns auf oder Fachkräfte aus Verwandten. Für Lkw-Fahrer ist die Führerscheinklasse C oder C1 mit eingetragener 95 und Fahrerkarte Voraussetzung, wobei wir bei letzterem auch gerne behilflich sind. Auf jeden Fall garantieren wir eine gründliche Einarbeitung durch nette Kollegen, die schon auf dich warten. Bewirb dich also jetzt einfach und unkompliziert unter kontakt at möbius-bäckerei.de oder über unsere Internetseite und genieße schon bald deinen neuen Job hier bei uns in der Bäckerei Möbius.